Moin Moin und willkommen zurück zu The Version 2. Wir machen direkt weiter. Wir sind im Markt angekommen bzw. haben das Portal rübergefunden zum zum Rathaus. Jetzt gehen wir uns die mal durch die Gegend angucken hier würde ich sagen. Hier kann ich doch locker was rausholen. Grünes Gel, noch mehr? Okay, wie oft können wir das machen? Okay, das war's wohl. Okay, gut. Hier gehen wir auf jeden Fall rein. Aber da vorne ist auch irgendwas, ne? Da liegt ein Körper dazwischen. Wollt der einen kommen? Kommt er wohl nicht. Okay. Hier unten ist es wohl auch nicht besonders gut gelaufen. Anscheinend nicht. Der sieht nicht so gesund aus, das stimmt. Gut. Ich habe die Tür. Einen kleinen Modell statt. Könnte das die ganze Karte von Union sein? War ja mal gar nicht so klein. Nö. Ist schon imposant. Steht auch bei uns im Rathaus so was. Hier muss ich nebenbei. Betreff Wachstum von Union. Dank des Erfolgs des Muse Center Anwerbungsplans wächst Union schneller als vorausgelagt. Die Produktion der Stem-Wannen wurde erhöht. Die Erweiterung von Union wurde skizziert und für das Rendering eingeplant. Aufgrund der Einwohnerzone muss die Union im Gegensatz kann um 50 Prozent erweitert werden. Neben neuen Wohngebieten wird eine Landwirtschafts- und Industriezone hinzugeführt, um Arbeitsplätze für neue Bewohner zu schaffen. War wohl nicht schlecht, ne? Hier haben sie anscheinend noch Teile von Union entworfen. Wie so ein kleines Computerprogramm. Da bauen wir noch ein Rathaus rein. Ein schönes Rathaus. Ja. Und hier kommt der kleine Kindergarten hin. So. Ein paar Servern brauchen wir natürlich auch dafür. Da ist ein Typ. Könnte auch sein, dass hier irgendwas anderes noch ist. Ja. Sind wir gerade an den Gang gegangen oder waren das schon... Hört sich an, so ob irgendwas an den Gang ist, als ich reingekommen bin, ne? Naja. Gut. Ich glaube, hier gibt es einen kleinen Weg, da gehen wir mal durch. Hier weiterkommen? Das ist eine Sackgasse. Ah, das ist eine Sackgasse, okay. Dass sie sich hier drin wenden kann, ist natürlich auch utopisch. Okay. Das ist mal eine fette Tür hier und wir werden gefilmt da oben, wie man sieht. Hallöschön. Oh, hier sehe ich den Typen von der anderen Seite. Zumindest hält er die Tür auf. Nicht ganz umsonst gestorben. Oh, hier. Gibt es hier eine neue Waffe? Oh, geil. Okay, da geht es tief runter. Und da drüben. Okay, da kommen wir rüber, kommen wir da jetzt nicht. Dann gibt es nur diesen Weg hier längs, würde ich sagen. Ich glaube, der Fahrstuhl kommt wahrscheinlich auch nicht, ne? Hier rechts ist auch jemand, habt ihr ihn gesehen? Okay. Okay. Komm, ich kann mich mit der Axt auf ihn draufhauen. Genau. Hat er die Axt gerade weggeworfen? Ach komm, ganz ehrlich. Das ist ja ärgerlich. Da frisst irgendjemand jemanden. Da sind wir da drin. Einer. Aber reinkommen wir auch nicht. Also ist doch egal. Oh, das ist das positive Vorgehen, ne? Das ist das, was dann wirklich so ein bisschen liegt hier auch noch einer. Ich weiß, das war laut. Und das war auch unvorsichtig. Aber ich habe leider keine Axt gehabt. Sonst hätte ich ihn, glaube ich, mit Axt kaputt gehauen. Aber mit Messer im Kopf, das bringt irgendwie nichts, leider. So, lass uns erstmal hier unten alles abtasten, bevor wir da durch die Türen gehen. Versuchen, da ein paar Leute zu killen. Da können wir noch hochgleichen. Das machen wir auch gleich. Als erstes, glaube ich. Was ist das hier? Komm mal da rein? Was heißt das? Hä? Hä? Notfallabriegelung aufgehoben. Bitte auf dem System Neustart der jeweiligen Anlagen warten. Notfallabriegelung im Freizeitbereich aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Notfallabriegelung im Forschungstrakt aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Warte. Es sind einige, die anscheinend hier hochkommen. Dann kann ich auch nichts davon einsammeln, wenn ihr hier hochkommt, ihr Spastis. Na komm hoch hier, du Affe. Scheiße. Natürlich viel Munition verballert. Aber es sieht ganz gut aus hier oben. Wer kann mich denn da noch sehen gerade? Da unten, der Typ, okay. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch hier hochkommt oder nicht. Vielleicht kann man sie ja mit einem Schuss hier wegflanken. Oder? Was ist jetzt auch schon mal los? Ich weiß nämlich, was mit ihm hier ist. Er sieht mir auch so ein bisschen aus, ob er... So, jetzt können wir Munition sparen. Echt, muss ich den Typen noch kühlen, ne? Diese Sache, das. Aber naja, egal. Aber gut, dass wir gute Munition hatten. Sonst wäre das echt daneben gegangen. Oh, komm her, ihr kleinen Viecher jetzt. Alter, was denn Nettes für mich hier? Okay. Ich gehe jetzt erstmal hier durch. Oder sollen wir erstmal die anderen Räume abtasten? Gehe jetzt mal hier rein. Okay. Müssen wir gleich testen, wenn wir überall hinkommen. Hier noch irgendwas zu finden? Schaut net so aus. Mal eben auf. So. Wir gehen gleich da längs, aber ich will einmal hier hinten die anderen Räume nochmal angucken. Da irgendwas ist. Ja, das würde mich nochmal interessieren. Also wir können auf jeden Fall nochmal da hochgehen. Hier unten können wir auch reingehen, ne? Wir können nicht überall hin, ne? Keine Türen kicken. Okay, Munition brauchen wir, haben wir gespart, so richtig. Hier liegt noch ein Typ. Okay, dann können wir nicht angucken. Jeder hat was. Das ist immer so betrieben, dass er die untersucht und dann holt er so ein bisschen Schießpolwelle raus. Hätte man auch anders lösen können, aber naja. So, gerade sind wir recht ganz gut bestückt, so mit Waffen und Munition und so. Ist eigentlich ganz angenehm. Guck mal, jetzt sind wir auf der anderen Seite von wo wir gerade eben geguckt haben. Ne, ist es nicht. Das ist ganz woanders, okay. Gut, hier geht es nicht weiter. Kann man hier rein? Auch nicht. Gut, dann können wir hier wieder rausgehen. Dann gehen wir nochmal hier hoch kurz. Ich weiß nicht, ob man in die Türen hier oben rein konnte oder nicht, aber wir testen es mal. Das ist der, der gerade eben gegessen wurde. Munition. Waffenteile. Wie da? Aber hier ist gar nichts drin. Das war einfach nur so ein Raum, wo der Typ da aufgefordert wurde. Können wir nicht so viel machen. Nein! Was bringst du denn da runter, du Affe? Ich weiß eigentlich nichts in der Sache. Na gut. Gut, wir gehen nochmal hier hoch. Vor allem von da sind wir ja gekommen. Das wäre ja Quatsch. Okay, aber viel mehr gibt es hier auch nicht, ne? Haben wir den Raum da oben eigentlich angeguckt? Ne, ne? Ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir da rein können, aber wäre ärgerlich, wenn wir jetzt da nicht das testen, ne? Guck mal hier. Und das ist auf jeden Fall jemand da unten, der ist nicht so herz wie Tasche für Armbolzen. Diese Neintasche wird verwendet, um perfekt. Ja, dann werden wir besser mit zielen. Ein bisschen zumindest. Nicht so das Gelbe von Ei. Das ist kein John Wayne hier beim Schießen, aber... Ja, aber immerhin. Sicherung auch gefunden. Gut. Dann gibt es ja noch die eine Richtung. Hups. Dann geht es ja nur noch hier längs. Gut. Ich muss kurz nachladen hier. Alles, was ich nachladen kann. Ist nachgeladen. Ist nachgeladen. Und Bolzen. Was für Bolzen haben wir drin? Bolzentyp. Harpunbolzen. Rauchbolzen. Ne, Harpunbolzen ist okay. Gut. Ich bin gespannt, wo es hier hingeht, muss ich zugeben. Bin ein bisschen aufgeregt. Jetzt haben wir so blöd, wenn irgendwo Leute liegen. Okay, das ist kein... Gut riechen tut es dir wirklich nicht. Drücken wir mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was setzen wir da jetzt frei? Scheint gar nichts. Kann wahrscheinlich nur da längs gehen gleich. Okay, diese Brücke wird von der anderen Seite aufgemacht. Ich weiß nicht, ob wir da runterhüpfen. Ne, wir gehen mit der Leiter da runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das könnte ein kleiner Bosskampf werden hier unten. Oder? Wir haben ja genug Munition da. Aber man will ja auch nicht alles verballern. Denn eigentlich haben wir das so schön gespart. Das sieht doch nicht gesund aus hier unten. Kommen wir jemals die Leiter da hoch? Also ganz ehrlich, hier habe ich erwartet, dass irgendwas passiert, bevor ich diese Leiter da hochkomme. Wie der hier zum Beispiel. Oh, fuck. Okay. Schön viel Munition verballert. Was echt dumm war. Das war gerade super ärgerlich. Wie viele Schuss habe ich verballert? Da gerade sechs Schuss, sieben Schuss. Nächstes Mal die Schrotflöne gleich nehmen. Die Schrotflöne sollte man allgemein einstellen. Die Waffe ist eher gut auf Distanz, ne? Machen wir mal. So. So. Da hinten können wir auf jeden Fall das... Guck mal hier noch mehr. Ne. Hier können wir, glaube ich, das Tor anstellen, dass es runter geht. Hier, glaube ich. Schon mal eine kleine Abkürzung. Wir müssen wir hier unten durch. Finde ich gut. Dann geht es hier weiter. Vorsichtig öffnen. Keinen Lärm machen. Das sieht aus wie... Das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Achso, okay. Die Gasmaske. Wie in einem Irrgarten. Hm. Entzündlich? Mist. Dann kann ich keine Schusswaffen einsetzen. Schon kannst du einsetzen. Und zwar... Gar keine, die habe ich einsetzen. Okay. Das ist ja wirklich ehrlich. Aber... Ich hätte auch mein Dings einsetzen können hier. Wie heißt das? Ähm... Meine Harpune, würde ich doch sagen. Hier, meine... In meiner Harpune. Okay, da ist sie. Da warten wir kurz. Dann greifen Sie sich an, wenn sie mit dem Rücken zusteht. Wóh... Wöде? so geht einfach mal ein Gesicht ab dem Rücken, seht ihr das? wie beim Logo, ne? schon ein bisschen eklig sieht die noch irgendwas? die Gasmaske ist schon ein bisschen beklemmend, muss ich zugeben hm, das ist wirklich beklemmend ich kann es was lichter machen, aber es bringt mir nicht so viel aber speichert das schon mal gut hier raus? ich kann es nicht so viel ich kann es nicht so viel Ach du Scheiße, ich sehe hier gar nichts mehr. Hallöchen. Okay. Vielleicht können wir ja die Flasche irgendwo hinwerfen und er rennt dann dahin vielleicht, sodass er den vorbeikommt. Hm. Das sieht ihn gar nicht. Er kommt jetzt hier her. Okay. Oh oh. Okay. Oh oh oh. Oh. Ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht welcher Weg richtig ist und ich bin leider auch sehr leise gerade, aber auch nur weil ich einfach nur mega Schiss habe, dass dieses ekliche Viech mich da entdeckt. Okay, hier geht es definitiv nicht weiter, also wir müssen einen anderen Weg finden, ach scheiße ey. Kurz warten bis der weg läuft wieder. Oh, kommt der jetzt hier rein? Ah! 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 Mist, ich wusste nicht, welchem Weg wir da gehen können. Fört mal rein. Ich glaube, ein Schleichangriff macht auch keinen Sinn bei dem, ne? Hm. Also. Welchen Weg kann ich denn noch gehen hier? Da ist verschlossen. Guck mal nicht rein. Guck mal nicht rein. Guck mal nicht rein. Okay, wenn wir da sind, wo? Ich bin ja gerade eben da reingegangen, aber da ging es ja nicht weiter. Da gibt es noch so kleine Schleichwege. Das ist so ein bisschen. Da müssen wir den killen. Vielleicht. Ich greife ihn gleich einfach mal an. Dann gucken wir mal. Dannsten wir mal, dich? Ja. 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 und sehr wenig gesehen noch mal angreifen kann vielleicht können könnte mir vorstellen oder ist schon eklig jetzt mal ich vielleicht weniger glück klappt es ja jetzt kommt noch mal guck mal jetzt können wir uns in Ruhe erforschen hier weil da kein anderer Gegner mehr ist hier ist auch nichts kurz war reingehen aber es ist es war ja nichts hat aber mal aha um okay ja bloß was was muss ja passiert sein weiß bloß nicht was okay wir folgen diesen Stromkabeln einfach mal da oben leuchtet zumindest alles grün die gehen hier oben längs die Kabel und gehen da weiter wir folgen auf diesen Kabeln vielleicht darf ich auch keine Waffen benutzen ah guck mal jetzt hat er die Tür hier aufgemacht perfekt mein Gott das war sein kleinstes Problem also die ganzen Monster da unten waren ihm egal aber die Maske die roch fürchterlich was auch sonst oh mein Gott die Ohren sind mega rostig hallo hören Sie mich hier ist Watkins Watkins was ist los der Zusammenbruch passiert schneller als erwartet jetzt ist auch das Land betroffen ich bin die versuchen einzudringen ich brauche Hilfe geht nicht der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunnel verursacht und meine Atemmaske ist im Transporter können Sie kein Team mit einer Atemmaske für mich durch die Tunnel schicken tut mir leid wir können für Sie keine Leben riskieren nette Kollegen hat man da der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunnel verursacht so das Computer habe ich gar nicht gesehen gucken ob ich Duke Nukem drauf spielen kann aufgrund des Erfolgs der neuen Anweberaktion nähern wir uns an Datenzielen jeder Bewohner von Junien stemmen ich lebe mal 1,1,2,8 komm ich glaube das müssen wir nicht alles wissen ok da geht's hoch da geht's hoch das müssen wir hier gucken Exit B2 ich bin ich bin der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunnel verursacht und meine Aspenmaske ist im Transporter. Könnt ihr kein Team mit einer Aspenmaske für mich durch die Tunnel schicken? Tut mir leid, wir können für sie keine Leben riskieren. Das kann ich nicht sagen. Hm. Arme Sau. Okay. Da ist irgendwas durchgekommen. Und mehr können wir hier auch nicht machen, ne? Gut. Wir können durch. Kurz mal gucken, wo es hinführt. Okay. Können wir auf die andere Seite kommen? Jetzt sind wir hier drüben. Okay. Endlich komme ich hier raus. Okay. Aber warte mal, bevor wir rausgehen. Da hinten war noch ein Weg. Den nehmen wir nochmal mit, den Weg. Weil, weil wir es müssen. Ich glaube, da war noch ein anderer Weg, ne? Oder habe ich mich falsch, habe ich mich verguckt? Ich meine, ich habe da noch was anderes gesehen. Kann aber auch sein, dass ich mich verguckt habe. Ich weiß es nicht. Testen es mal. Man ist ja so bedacht drauf, dass jeden Moment irgendwas einen erschreckt oder irgendwo herkommt. Und, dass man gar nicht so richtig aufpasst. So, dann war doch hier. Genau. Aber hier kommt man noch hoch. Wo geht es denn da hin? Ah, guck mal. Wir haben ja beinahe verpasst. Was? Was? Wir haben volle Munition mit unserer Stolzern. Das geht nicht mehr. Das ist natürlich super hergerlich. Ich würde am liebsten was in der Luft zerballern, damit ich einfach mehr Munition mitnehmen kann. Aber egal. Wann wolltest du mit? Okay. Ja, mehr geht dann scheint ja nicht. Hast du noch irgendwie Waffenteile? Nö. Okay. Gut, dann geht es jetzt doch zurück. Kriegt man gar nicht mit? Ich glaube, dass es ein kleiner Weg ist. Wir haben es durch Zufall nur gesehen. Aber. Bin ein bisschen gesch... Jetzt müssen wir ja auf der anderen Seite beim Rathaus rauskommen. Bei dem Stück. Und das muss ja über den Computer laufen, denke ich mal. Perfekt. Hallöchen. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich irgendwas übersehen habe oder so. Aber ich glaube nicht. Gut, dann lass es mal einloggen hier. Look. Ich glaube nicht, Actually. Okay. Ich glaube nicht. Gut, jetzt müssen wir hier speichern, Käfchen können wir auch trinken, brauchen wir einfach nicht. Gibt es noch andere Sachen, die wir einsammeln können? Nicht, aber speichern tun wir auf jeden Fall. Nicht, dass wir auf einmal sterben und müssen alles normal machen, das wäre fürchterlich. Dann lass uns mal hier hingehen. Oh, roter Saft, äh, nein, rotes Gel. Sollen wir mal reingehen und reinschauen, wenn wir schon hier sind? Das rote Gel war doch für, für bessere Fähigkeiten noch, ne? Mal gucken, ob wir da eigentlich was einsetzen können. Wir haben auch noch einen Schlüssel gefunden. Sie sehen aber gar nicht gut aus. Ich helfe Ihnen. So. Der sieht gut aus. Naja, 100 Waffenteile. Nimmt man tankend an. Was kriegt man denn hier? Nahkampfabend auch unter Angriffen mit Waffen wie Messern extra verursachen, mehr Schaden. Das wäre natürlich richtig geil. Das machen wir mal. Du hast die Fähigkeit, über genommene Gegner wegzutreten. Funktioniert nicht bei allen Gegnern. Aber das wäre ziemlich cool, das machen wir. Dass wir ein bisschen mehr Schaden machen, ist glaube ich nie verkehrt. So. Dankeschön. Wenn wir noch irgendwas hier an unseren Waffen beizeln können, gucken wir mal. So. Also wir haben die, die bei der Schrotwende können wir vielleicht ein bisschen Schaden erhöhen. Das können wir ja immer noch nicht, weil wir nämlich keine hochwertigen Teile haben. Eigentlich brauchen wir ja, eigentlich ist das, was wir brauchen, hochwertige Teile, ne? Nachladezeit ist mir eigentlich sowas von egal gerade. Also im Kampf natürlich sehr praktisch, wenn es hektisch wird, aber... Ach komm. Besser nach... Zeit ist vielleicht nicht schlecht. Kann man hier irgendwas herstellen noch? Jo, wir können auch hier irgendwo Munition herstellen. Schrotwind haben wir voll. 4G Munition. Wie viel können wir denn da herstellen? Boah. Ich glaube, machen wir nur 4. Hier ist es gut. So. Hiervon können wir auf jeden Fall auch nochmal einen herstellen. Wann haben wir genug? Ich weiß nicht, wie geil diese Rauchdinger sind. Die füllen wir auch mal auf. Füllen wir die auch auf. Gut, mehr können wir auch nicht auffüllen hier, ne? Klar können wir hier noch bisschen was ballern. Dann lass uns noch hier noch eine Munition mitnehmen. Und hier... So, jetzt sind wir auch gut ausgestattet, würde ich behaupten. Jetzt zurück meinen Spiegel. Aber ich glaube, wir konnten auch hier drin speichern, ne? Das machen wir auch nochmal. Gut. 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 Ist das Spiegel? Okay. 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 Okay, so, nachladen, haben wir. Wir haben alles. Ich lasse den mal auf Schrotplinte, einfach nur so mit einem einfachen Grund, dass das effektiver ist, wenn jemand sich draußen angreifen sollte. Wieder so ein schöner Tag. Ah, ich weiß nicht einmal mehr, wann es das letzte Mal bewölkt oder zu kalt war. Es fühlt sich immer richtig an. Wieder so ein schöner Tag. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite, würde ich behaupten. Genau. Lass uns mal rumgucken hier. Das Rathaus. Ich weiß nicht, wie viele Gegner hier rumlaufen. Noch höre ich nichts. Aber das heißt ja nichts. Okay. Das heißt schon was. Wer ist es? Wo hat er ihn denn gesehen? Was zur Hölle ist das? Auf der Lauer. Ob ich bereit bin oder nicht. Jetzt geht es kein Zurück mehr. Äh, okay. Ein riesen Kameraobjektivs Auge da. Hier liegen auch ganz schön viele Leichen. Einfach so werde ich ja nicht reinkommen, wenn man sieht. Verstehen? Ich warte auf die erstes Bild, dass er gemacht hat aus der Lagerhalle. Du Arschloch. Ist das auch mal was? Was passiert hier, Alter? Oh, er steht mir mit dem Kameraauge. Oh nein, 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 das sieht gar nicht gut aus. Oh, mhm. Das sieht gar nicht gut aus. Das ist Kettensägelding, okay. Das ist Kettensägelding. Was ist Kettensägelding, okay. Was ist Kettensägelding? Okay, war mal. Okay. Oh, fuck. Ah, man. Was war das denn? Ich weiß nicht, was das war gerade, aber es war ziemlich cool, dass er... ... ... ... ... ... ... ... Oh. Oh, missed. Oh. Okay. Das mag ich anscheinend nicht, wenn ich getroffen werde. Finde ich ganz blöde. Ah, nein, nein, nein. Runter, 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 was machst du denn? Ach, du blöde Affe. Ach. Äh. Magst du Feuer? Okay, das interessiert sie auch nicht so. Schade. Warte mal. Hier haben wir eigentlich schon fast alles verballert. Ah, weglaufen. Och, Mann. Shit. Was passiert? Warum steht? Ach, weil die ist verbrannt. Ach, Quatsch. Die ist verbrannt. Haha. Wie geil, dass man wieder Glück hat. Die hat noch gefackelt, dann ist ihr Leben weggang. Gut, dann müssen wir uns selber ein bisschen Leben geben. Pech gehabt, gute Frau. Wie kriege ich mit dir? 5000. Na, immerhin hast du was mehr gegeben. Gut, also. Ärgerlich? Ärgerlich. Mal nachladen. Lass mal hier rumgehen und ein bisschen einsammeln, weil ich glaube, hier gibt es schon noch ein bisschen was. Ähm. Natürlich für mich super mit dem Feuer. Das war natürlich perfekt, muss man sagen. Guck, wie viel wir einsammeln können. Wie viel ist drin? Aber hier! Alles voll! Explosivbolzen. Hätte ich mal vorfinden sollen. Die Rauchbolzen sind voll. Also mit dem Feuer war natürlich eine gute Idee. Ich wusste es ja von den Fässern, dass das funktioniert. Ich hätte auch wahrscheinlich hier rumlaufen können, die ganze Zeit, ne? Da ist nichts drin. Ich mache das alles noch kaputt, mal hier. Na, guck mal da. Weil, das ist ja alles irgendwie nützlich. Aber hier hätte man sie auch verbrennen können. Perfekt. Das ist wirklich perfekt, dass man hier noch so viele Sachen finden kann gerade. Guck mal, hier drin ist auch irgendwie ein Bolzen. Aber wie kommen wir dann da rein? Durch diese Tür. Ach so, da kann ich, hätte ich sie so ein bisschen vielleicht in Schach halten können. Ah ja, egal. Explosivbolzen gab es hier auch. Ja, guck mal, das macht er wirklich ganz gut. Er ist aber kein Gegner mehr. Du brauchst nicht so gewalttätig sein. Hier schon wieder so ein Fotoding. Immer so ein bisschen Zeitlupe denn. Ist natürlich ganz cool, aber... Huch. Kiste. Nichts drin. So, ist hier noch irgendwo was, was wir übersehen haben? Wir gucken lieber nochmal überall durch. Da hinten auch nochmal. Sind wir auch mit? Hier war auch noch was, ne? Mein Gott. Das ist nicht die Welt, die wir finden hier, aber immerhin finden wir was. Wie schnell er es macht, ne? So. Ah, verdammt. Ist mir egal. Diese Zeitlupe ist natürlich ganz cool. Wenn der Gegner da ist, dann kann man natürlich ganz beschießen. Aber im Endeffekt kann es das doch egal sein. So, ich laufe auch nochmal ums Häuschen rum hier. Hier gibt es nämlich drei Milliarden Kisten, wie ich sehe. Hm? Darauf können wir nicht. Okay. Leute, ist auch eine ganz schön lange Folge gerade, sehe ich, aber es ist leider gerade zu spannend. So, noch eine Spritze. Gehe da hinten auch nochmal ums Haus rum. Und dann gehen wir hier oben rein. Krass eigentlich, ne? Wenn man doch noch hier draußen so viel findet. Da kommen wir nicht hin. Ist auf der anderen Seite. Aha. Dann müssen wir noch einen Weg hin finden. Vielleicht über den Baum hier. Kann man auf den Baum drauf gehen? Kann man hier auf den Baum drauf gehen? Ne. Da hängt ja in der Luft. Hab ich es gerade gesehen. Das geht nicht. Okay. Gut. Dann lassen wir mal hier vorne hingehen. Da konnten wir auch noch was einsammeln. Hab ich gesehen. Haben wir voll. Gut. Aber ich sage euch, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hopp, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.